Musik Ich treffe mich hier mit dem Weltrekordhalter in Blitzhypnose, Franz Fruß. Was erwartet mich denn jetzt? Wir haben gesagt, wir machen eine kleine Sache, oder? Rasch, natürlich Blitzhypnose sagt ja alles. Ich bin Mentalsuggestieur und habe da eben eine neue Methode entwickelt, wo ich Menschen helfen kann, also bei körperlichen und seelischen Erkrankungen. Und das mache ich eben, damit man sieht, was da alles möglich ist, dass ich kurz was zeige. Also habe ich nichts zu befürchten? Es gibt da nichts zu befürchten. Also ich zähle bis drei, bei drei die Augen zu machen. Und sobald ich schnippe, schläft dein Körper. Eins, zwei, drei. Du wartest jetzt auf das Schnippen meiner Finger, das Berühren der Stirn. Dann schläft dein Körper sofort. Du hörst auf alles, was ich sage. Achtung! Klapp! Dein Körper schläft, dein Geist ist völlig wach. Du hast ein angenehmes Gefühl. Du hast ein angenehmes Gefühl. Alles, was ich sage, ist Wirklichkeit. Alles ist genauso, wie ich es sage. Du spürst die Erdanziehungskraft und dein Körper wird starrer und steifer. Immer starrer und steifer wird dein Körper. Jeder Muskel spannt sich an. Du legst die Arme an den Körper und jeder Muskel spannt sich. Immer mehr. Jeder Muskel ist gefestigt. Du bist jetzt ein Baumstamm. Du bist starr und steif. Jeder Muskel spannt sich noch besser und besser. Ganz gerade bleibst du in der Mitte. Du trägst jedes Gewicht. Du bist starr und steif. Bleib ganz starr. Ganz steif bleibst du. Ganz starr und steif bleibst du jetzt. Noch starrer und steifer wirst du. Brauch diesen Stuhl. Du bist starr und steif und du bleibst ganz starr und steif. Du bist ein Baumstamm. Du bist starr und steif. Du wirst jedes Gewicht tragen, egal welches Gewicht. Du wirst jedes Gewicht tragen, egal welches Gewicht. Egal ob es eine Fliege ist oder ein Elefant. Du trägst jedes Gewicht. Absolut jedes Gewicht trägst du. Du bleibst starr und steif. Du trägst jedes Gewicht. Frage an den Markus. Wie geht's dir? Ich fühle mich wohl, als ob ich gerade in der Karibik gewesen wäre. Ja, also ein Wahnsinns-Experiment. Ich hätte es niemals geglaubt. Wie schaffen Sie das, mich im Unterbewusstsein so steif zu machen? Ich kann sehr schnell in die Aura. Das ist mein Vorteil. Daher funktioniert die Blitzhypnose bei jedem. Es ist nur so, dass jeder das auch umsetzt. Und weiß, es ist so richtig, dass man diese Suggestionen nimmt und sagt, es ist so und sich darauf einlässt. Das ist einfach. Das ist einfach. mitzirrekt. Das ist einfach. Diese